Hallöche Leute, Fala Morghulis und willkommen zu einem neuen Partner-Youtubers-Live. So, da letzte Woche nichts kam, ähm, bin ich sehr erpicht, jetzt endlich mal weiterzuspielen. Und ich glaube, es lag doch irgendwas Wichtiges an. War das nicht so? Infernal Party am 13. Ne. Was willst du? Nein, ich würde da halten. Hau ab. Okay, so, Battlefield lädt grad hoch. Okay, wir müssen essen. Fangen wir mal da mit an. Mayanzi chillt mit nem Brot. Da standen wir mal ganz gechillt mit nem Leitbrot. Wie oft geht man in den Bäcker und sagt hier, halbes Mischbrot auf die Faust, zugleich essen, herrlich. Okay, so, ich habe in den Kommentaren gelesen, ich sollte doch bestenfalls einfach nur Brot naschen, beziehungsweise auch bestellen, weil es einfach kostenlos ist. Ich kann daran nichts Falsches finden, muss ich sagen. Ich sehe es als ziemlich schlau an. Das werde ich wohl tun. Das ist keine so schlechte Idee. Okay, okay, Freunde. Dann werden wir als nächstes für ein Zwacken arbeiten gehen. Vier Stunden. Na gut, das tut man nicht alles. Aber wir haben halt noch knapp unter der Hälfte des Schlafbalkens frei. Es wäre jetzt beinahe Verschwendung, uns jetzt schon aufs Ohr zu hauen. Dann lass uns hier noch schnell ein Zwacken verdienen. Zack, 250. Ach, wir bewegen uns halt dauerhaft irgendwie an der Armutsgrenze. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen kann, damit hier mal dauerhaft ein bisschen Kohle reinkommt. Wir brauchen halt die YouTube-Moneys und zwar heftig. Okay, komm her, Kollege. Gönn dir das Brot. Ähm, was ist hier eigentlich los? Das ist so laut, ne. 56, meine Herren. Ich hoffe, das hört man nicht. Mein Rechner geht ab wie in den Luzi, Leute. Okay, ah, Rechner kaputt. Alles klar, dann machen wir das mal fix. Wir haben ja zum Glück den Kurs absolviert. Danke für den Tipp, Freunde. Und Geldaufträge gibt's nicht. Eine wichtige Veranstaltung gibt's erstmal auch nicht, was ein Spiel zum Beispiel wäre. Ja, dann würde ich sagen, lass uns was aufnehmen. Wir brauchen YouTube-Moneys. Oh, ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay, vom Dual-Vom Dual-Commentary werde ich aber sowas von absehen. Zumindest nicht mit dieser Zippe von Mitbewohnerin. Ich hoffe, dass ich die so schnell wie möglich verlassen kann, ey. Omni-Ausgabe. Minus 3 gibt das. Mono gibt plus 3. Warum denn? Aber es kann eigentlich nur besser sein. Im Prinzip kann es nur besser sein. Okay, und es wurde mir gesagt, macht doch mal eigenen Namen. Vielleicht bringt das was. Okay, mach ich. Elderly Toon heißt es. Okay, machen wir mal Elderly Toon. Äh, nicht Gameplay, sondern, weiß ich auch nicht. Let's Play. Ja, einfach mal, keine Ahnung. Ein bisschen was ändern. Ich weiß nicht, ob der Name tatsächlich eine Auswirkung aufs Video hat. Und wenn, dann ist ja noch die Frage, welche. Und, ähm, wie der Name dann lauten müsste, damit es eine höchstmögliche Effektivität erreicht. Das weiß ich nicht. Okay, Ladebildschirm mit Hinweis. Ladebildschirm bin ich immer sauer. Okay, und er nimmt's auch. Perfekt. Du hast eine recht einfache Aufgabe bewählt. Achso, hier, wir brauchen das. Jetzt brauchen wir den verrückten Smiley hier. Den haben wir... Ja. Danach Fragezeichen. Okay, lass uns schauen. Ähm, du hast in der letzten Minute einen Fehler gemacht. Uiuiui, na dann bin ich aber richtig morderisch unterwegs. Ja, voll, ja, voll. Man kann sich jetzt ein bisschen herleiten, zum Glück. So, lustiger Kommentar. Und... Was haben wir noch? Handlung... Okay, ja, nehmen wir das halt. Okay, 12, 1 für den Sound. Eieieiei, 1 für den Sound nur. Okay, Freunde. Ich hoffe, wir kriegen ja was Schönes zusammengeschustert. Oben unten haben wir. Wunderbar. Ähm, nochmal oben unten. Oh, nein, ey. Das ist doch schon wieder Mist hier. Wenn ich zum Beispiel das nehme... Würde einroten. Ah, das ist doch alles Mist irgendwie. Nicht so prall alles in allem. Ah, ah, Effekte. Ohlala. Okay, wir haben nur 1 Sound. Dann hier, das ist eine neue Karte. Lassen Sieben für Musik nehmen. Und den Rest für weichen Fokus haben wir auch noch am wenigsten. Ja. Boom. Oh, gutes Interesse, Leute. Gutes Interesse. Gute Nachbearbeitung. Jawohl. Bam. 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 5 Level bekommen. Hallo? Erfolg? Success? 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 Okay. So, was machen wir jetzt, Freunde? Was machen wir jetzt mit unserer Zeit hier? Ich würde sagen, eine neue Bude, wurde mir in den Kommentaren gesagt, kostet, äh, beziehungsweise eine neue Bude kostet 1,2, das habe ich gesehen, und 100. Ah, 100. Oh Gott. Neh mal das hier. Also eine neue Bude kostet, glaube ich, 120, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Quatsch, 1200 meine ich. 1200. Ich komme auf die Bude, wenn ich auf die Tür drücke und nach Hause gehe, und so weiter, habe ich in den Kommentaren gelesen. Ähm. Eigentlich kostet die blöde Bude auch richtig viel Schotter. Schotter, die wir eigentlich nicht haben. Meine Herren, wie lange soll ich denn hier warten? Na, das ist ja, ich kann ja jetzt hier nicht zwei Tage lang warten. Nee, komm, ich mache das jetzt jetzt so lange, bis das Video fertig ist. Dann machen wir noch eins. 190 Kohlen, ey. Ich würde sagen, wir bestellen danach ein geiles neues Spiel. Sports Passion, was auch immer das ist. World Sports Party. Sports Passion. Also wenn, dann würde ich gerne auf ein Event gehen, was mir was bringt. Gell? Okay, so, fertig. Kann ich aufhören? Hör ich auf, hier. Okay, reicht erstmal. So, lass uns was essen. Ich bin jetzt halt... Ah, Mann, jetzt bin ich schon wieder so müde. Lohnt es eigentlich fast nicht, da noch ein Let's Play mit aufzunehmen, oder? Mit dem Müdigkeitslevel. Ich weiß nicht. Aurora. Ah, nee. Z-Box 360, habe ich die? Nee, ich habe nur eine Z-Box, richtig? Oder? Wo sehe ich das denn? Hau ab jetzt. Wo sehe ich meine Z-Box hier? Fakt, was ist das? Mein Name ist Isabel Schrodinger Bankangeln... Lass sie reden. Okay, war gut, war gut. Lass sie reden. Lass sie einfach nur reden. Okay, okay, komm, wir machen noch schnell ein Let's Play. Ich bin zwar schon ein bisschen müde, aber ich glaube... 100 Interesse, meine Herren, ey. Okay, komm, das müssen wir machen, Leute. Das müssen wir machen. 100? Ist das mehr geworden? 100 Interesse? Das geht ab. Ey, Leute, die tun... Okay, wir nennen sie jetzt einfach mal... Let's Play 2. Boom. Es geht ganz gut ab, Leute. Wir sind über 70.000 Abonnenten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn jetzt mal noch die YouTube-Mannys reinkommen, ja? Dann lass uns was Geiles Neues kaufen, würde ich sagen. Ladebildschirm. Böse. Böse Ladebildschirm. Okay. Ähm. Du befragst deine besten Freunde über das Leben. Ja. Bin ich halt feierlich unterwegs, sag ich mal. Ja, bin ich. Bin ich. Wunderbar. Nochmal. Okay, was haben wir als nächstes? Einen Affen. Du hast dein Level aufgestiegen. Fraglicher Kommentar? Yes, Baby. Okay. Nice. So, hier der Verwirrte. Was wollten die da gerade? Ich hab's nicht gesehen. Ah. Okay, und Ende. Oh, ich kann mein Ende nicht nehmen. Ah, keine Verabschiedung für uns. Na gut. Was willst du machen? So, oben. Zwei unten. Wunderbar. Wunderbar. Haben wir noch zwei unten? Wunderbar. Zwei oben. Oh, mein Gott, Leute. Das ist ja beinahe perfekt. Beinahe perfekt, sag ich. Geil. Das wird ein Mördervideo. Insofern. Ja gut, doch, doch, doch. Das wird ein Mördervideo. Ich war zwar ein bisschen müde, aber das wird ein Mördervideo eigentlich. Für die Nachbararbeitung. Ja, schaut es euch an. Warte, bitte. Bam. Nachbararbeitung. Richtig Bombe, ey. Richtig Bombe, Mann. Das hat mal alles gepasst. Beinah. Bis auf die letzten. Ein Pfeil war daneben. Aber richtig nice. Richtig nice. Okay. Komm, schlafen. So, 194. Ich habe zum Beispiel noch nicht rausgefunden, wo kann ich sehen, wann meine YouTube-Mannies kommen. Irgendwie habe ich das noch nicht entdeckt. Ich kann meinen Kanal angucken, ja. Oh, ne. Schau ab. Sorry, aber nein. Ich will nicht. Kein Bock. So, jetzt sind wir wieder richtig gut vollgepumpt. Ist das Brot? Gibt jetzt nur noch Brot und Wasser. So. Würde ich sagen, mach mir direkt das nächste. Richtig. Lohnt sich. Okay. Und zwar eigentlich immer noch das. Das geht nach wie vor richtig ab. Ein paar alte Spiele soll ich behalten, wurde mir gesagt. Weil die später eventuell noch geil werden für, ähm, ja, so die Retro-Schiene. Da soll man schon mal noch ein altes behalten. Elderly Tune. 135 Kohlen habe ich damit verdient. Das ist ja Bombe. Wann kommt das? Oh, ich habe 340. Okay, okay. Wow, what? Du hast ja noch eine Videoart freigeschaltet. Finde beliebte YouTuber und versuche ein Interview mit ihnen zu machen. Deine Fans werden das mögen und vielleicht abonnieren auch ein paar Abonnenten des beliebten YouTubers. Okay, nice. Ah, da muss ich auf Partys gehen und so eine Faxen, ne? Ja, ja, ja. Da muss ich auf Partys gehen und so eine Faxen irgendwo die YouTuber finden und Interviews machen. Ja. Okay, dann habe ich jetzt also wieder einen Anreiz, auf Partys zu gehen. Wir machen mal noch ein Let's Play. Das läuft gerade sehr, sehr nice mit dem Spiel. Das müssen wir auskosten, Freunde. Es sind schon über 80.000 Abonnenten. Wir haben schon über 10.000 Abonnenten, glaube ich, bekommt euch die zwei Parts. Das gefällt mir ausgezeichnet. Boom, Intro. Okay, jetzt kommt irgendwas Glückliches. Bam. Mhm. So mag ich das. Gebt mir einfach die Karten vor. Das ist nice. Hauptmenü. Keine Ahnung, Hauptmenü. Sarkastisch? Nein. Natürlich nicht. Okay, du fragst am besten Freund. Was hat man da eben? Fröhlich? Yes. So. Böse für 10. Sehr, sehr nice. Und die 2 kommen sogar noch. Okay, das gibt es jetzt nicht. Gut, die Karte gibt es nicht. Dann nehme ich gar keine, oder wie? Warte ich mal kurz. Und nehme einfach keine. Oder muss ich eine nehmen? Dann kann ich jetzt nur eine falsche nehmen halt. Okay, dann nehme ich die kleinste falsche. Hä? War das jetzt richtig? Nee, das kann ja nicht sein. Was geht ab? Was geht ab hier? Na gut. Okay, einen oben. Haben wir ja schon. Doch, haben wir. Haben wir ja. Zwei oben. Jawohl. Zwei unten. Jawohl. Nochmal zwei unten. Gibt es leider nicht. Das muss das Ende sein. Unten. Unten. Ah, jeweils drei Pfeile verknackt. Verkackt. Verknackt. Okay, dann lassen wir den weg. Und nehmen das Ende. Das passt wenigstens. So, was brauchen wir denn? Sound wieder, würde ich sagen. Ähm. Und hier Skript oder was braun auch immer ist. Boom. Ich glaube, das war auch ziemlich nice. Oh, Leute. Jawohl. Dieses Let's Play macht ja gerade mal richtig Alarm. Fast bei 90.000 Abos. Wir sind, glaube ich, bei 69 gestartet. Sehr, sehr geil. PC kaputt. Wie oft das passiert, oder? Das ist der Hammer. Wir haben eine neue Garte. Nervige Kritik. Ja, natürlich. Nervige Kritik. Nimm's an. So, Freunde. Wir haben 340 Kohlen. Was muss ich denn hier machen? Direkt über das Regen zu können, umso besser. Mach ein Vlog. Ah, ja, okay. Okay, ein Vlog. Ich muss wohl wohl oder übel auf eine blöde Party gehen. Äh. Na, lass uns schnell noch ein bisschen naschen. Bam. Auch noch Zeit. Ja. Immer Zeit für eine Party heute. Immer Zeit für eine Party. Kein Problem. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. So, klar. Bierchen rein. Zack, Brot rein. Okay. Brotesser freigeschaltet. Nice. Welcher ist denn heute? Geh mal weg hier, Errungenschaft. Ich brauch mein Handy. Komm. Heute ist der 18. Am 21. ist eine Party. Mit Sportbekleidung. Ach komm, wir machen das einfach mal. Wir machen das einfach mal. Einladen. Keine Freunde. Okay. In Sportbekleidung möchte. Daphne. Vergiss es, Daphne. Hau ab. Ich sag das so, wie es ist. Hau einfach ab. Du da. Weg. Was? Schönes Wetter. Hallo, Otto. Okay. Geh weg. Geh. Weg. Wie kann ich dich... Setz dich da einfach hin, ey. Du kannst mich mal. Gut, wir machen noch eins. Noch eins von dem Spiel. Es läuft einfach bombastisch, Leute. Wir müssen es schnell weiter treiben. Okay. Ja, passt. Elderly Tune. Ich nenne es einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich mache einfach weiter damit. Let's play. Nummer 4. Okay. 89.900. 405 YouTube-Moneyes, Freunde. Okay. Es kommt langsam rein hier. Es kommt langsam rein. Das ist sehr, sehr nice. Die Frage ist jetzt halt, was wäre das Schlauste mit der Kohle zu tun? Soll ich... Nee, also auf ein Apartment sparen oder so bringen, mache ich, glaube ich, nicht. Spieltutorial. Dann mache ich mal einen fachlichen Kommentar. Okay. Ja, was mache ich damit? Ich bin ja... Ich denke mal, ich werde mir geil einen neuen Scheiß kaufen. Neue Hardware. Ähm... Erste Spiel. Lernen, wie man es spielt. Professionell. Jawohl. Nice. Ja, ich glaube, ich kaufe mir neue Hardware, damit das... Oh, ich habe... Was? Ich habe keine Punkte dafür. Ich muss das Falsche nehmen und ich habe wieder das Letzte auch nichts mehr. Es kommen noch zwei Bildschirme. Was ist denn da passiert? Oh mein Gott. Ich habe zwei Karten und eine böse Karte habe ich auch noch. Was ist denn da passiert, Freunde? Und die bräuchte ich natürlich. Ne, bräuchte ich nicht. Zwei unten haben wir noch. Zwei unten. Jawohl. Oh, nice, Leute. Oh. Also nachbearbeitungsmäßig Bombe. Sehr, sehr geil. Okay, Musik. Schauspiel. Das war's. Okay. Das lief hinten raus ziemlich gut. Ja, über 1000. Nice. Sehr, sehr gut. Otto, sehr gut. 95.000 Abonnenten. Also die Folge hat jetzt mal richtig reingehauen, Leute. Die hat mal richtig reingehauen. Oh, nice, ey. Sehr, sehr nice. Okay. Wir haben 405 Kohlen. Lass uns schauen. Wir gehen... Ey, was war denn das hier? Wir gehen bald auf eine Party. Am 18. Ne, warte, am 21. Morgen. Morgen. Okay. Okay, Freunde. Unsere Freundschaft ist vorbei. Das ist der Preis dafür, dass man die Dinge schleifen lässt. Daphne, mit dir will ich nicht befreundet sein. Gut so. Okay, Freunde. Weiter geht's im nächsten Part. Wir kaufen neue Technik. Wir gehen auf eine Party. Wir interviewen YouTube. Wir machen einen Vlog. Wir machen alles im nächsten Part. Wenn's euch gefallen, dann lasst mir doch einen Daumen nach. Schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch noch das Beste. Macht's gut, Leute. Valado Heres und ciao.